Mein Name ist Sophia, ich komme aus Bremen, arbeite bei Corion. Das ist ein privater Pflegeanbieter. Mit Sitz in München und dort arbeite ich als betriebliche Gesundheitsmanagerin, kümmere mich also um die Gesundheit unserer Mitarbeiter. Ich versuche jeden Tag die Gesundheit und die Arbeit der Pflegekräfte ein kleines Stückchen besser zu machen. Ja, ich check damit meine Schritte. Ich bin jetzt heute erst bei 4.305, das ist noch nicht so viel, weil 12.000 Schritte bringen die meisten Punkte bei Humanu. Digitale Gesundheitsförderungsmaßnahmen sind absolut nachhaltig und zukunftsorientiert. Für mich sind drei Adjektive, die Humanu beschreiben, innovativ, zukunftsorientiert. Ja, ich habe ganz viele, ich kann mich beim Dritten nicht entscheiden. Nachhaltigkeit. Innovativ ist Humanu in meinen Augen insofern, dass es ein digitaler Anbieter für Gesundheit ist und allen Mitarbeitern gleichzeitig zur Verfügung gestellt werden kann. Der Klassiker. Der Cashback motiviert die Pflegekräfte dann zusätzlich noch dazu, sich mit ihrer eigenen Gesundheit auseinanderzusetzen, sie zu fördern und zu verbessern und zu erhalten. Wir sind Mitarbeiter, die glücklich und zufrieden sind. Ein starkes Team hinter sich sehen und das auch spüren, was auch impliziert, dass ein starker Arbeitgeber dahinter steht, der sie unterstützt, der sie sieht, der sie wahrnimmt und wertschätzt und achtet. Humanu bietet persönliche Coachings aus in den Bereichen Achtsamkeit, Yoga, Ernährung. Dazu Rezepte und individuelle Challenges, Schrittzähler, unternehmensweite Challenges. In erster Linie geht es aber natürlich auch darum, dass man sich um sich selbst kümmert, weil nur wenn ich mich um mich selbst kümmere, kann ich mich auch um andere kümmern. Ich darf mich selbst dabei einfach nicht vergessen. Reizei ... ...